Ja, da sind wir auch schon wieder. Hallöchen, Freunde. Ja, zwei Beinchen fehlen uns noch. Die müssen wir noch befreien vom Leviathan hier, von diesem Riesenroboter. Und deswegen springen wir hier mal galant hoch und folgen unserem kleinen Pixie hier. Hier noch irgendwas? Nö. Weiter geht's. Oh, hier wird's wieder heiß. Jo, das sieht gut aus. Er schwingt sich wieder durch die Lüfte hier. Okay, das wird komplizierter. Eins, zwei, drei. Und hopps. Oh, shit. Weiter springen. Einmal gegrillt, aber noch bin ich nicht angekokelt scheinbar. War nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht hab. Ein bisschen Schild abgenommen, aber ansonsten alles gut. Wollen wir das denn überhaupt? Wollen wir nicht erstmal da gucken? Gut, da ganz gerne mal rauf und mir die ganzen Pernübels hier holen. Sind ja doch ein paar mehr, die wir bestimmt noch gut gebrauchen können. So, hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Wir sind eingesackt. Und dann folgen wir ihm mal im Fahrstuhl. So, Abmarsch nach unten. Und da wartet auch schon Trip auf uns. Gute Arbeit, Jungs. Dann zu den letzten beiden Verankerungen. Genau, das haben wir vor. Ich folge dir einfach mal, still und heimlich. Ist das nicht die schönste Maschine, die ihr je gesehen habt? Oder geht's nur mir so? Also, ich fahr echt total drauf ab. Ich fahr total drauf ab. Also, interessiert uns nicht wirklich. Ganz trocken. Sorry. Aber ich fahr echt total drauf ab. Ach, du großer Wut. Hier durch? Ich muss hier rüber, oder? Na, ich werde euch erst mal folgen. Oh, wow! Das muss der Energiekern sein. Ist ja unglaublich. Die müssen alle Energiezellen im Umkreis von 500 Meilen gefunden haben. Wir müssen zurückkommen und ihn hochfahren, sobald wir mit den Kupplungen fertig sind. Das ist echt krass, ja. Irgendwie so eine Art Universum hier drin. Aber hätten wir da hinten nicht noch hochgemusst, sag mal? Da blinkt ja das doch noch so komisch. Aber weißt du was? Wir gehen nochmal zurück und gucken mal, was da ist. Das interessiert mich jetzt. Bevor wir jetzt da weiter runter gehen. Weil das blinkt hier tatsächlich auf beiden Seiten. Oh, ich komme da aber noch gar nicht hin, sehe ich gerade. Okay, dann ist das wahrscheinlich für später gedacht noch hier. Naja, gut zu wissen. Hätte ja auch sein können, dass da wieder versteckte Visionen sind oder so. Man weiß es ja hier immer in diesem Spiel nicht. Ich komme schon. Wartet auf mich. Welche Etage soll es denn sein, Madam? Uh, Trip, lauf nicht gegen die Wand. Oh, hier gibt es nochmal Munition. Komm hoch, mein King. Schauen wir uns um. Da ist die nächste Ankerstelle. Und da ist das andere. Okay, diesmal zwei gleich nebeneinander. Das ist sehr gut. Die Libelle zeigt dir den Weg. Hilfreiche Libelle. Brav machst du das. So, hier hoch, denke ich mal. Wo sind wir denn eigentlich erst runtergefahren, wenn ich wieder hoch muss? Da drüben ist noch ein Brenneter. Da vorne verspättert seine Platte den Weg. Pixie, hast du noch mehr von den Bomben? Na klar! Ja, dann. Wollte ich kurz sagen. Hau mal raus. Kann ich da so hinspringen, jo? Okay. Okay. Seht abenteuerlich aus. Aber wir versuchen unser Bestes. Ich glaube, ich müsste da hoch, ne? Ja. Oha, hier müssen wir wieder aufpassen. Auch noch mies dazwischen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin einfach so gesprungen, dass dieses Teil sich da auch noch so dreht. Da springe ich mal voll gegen dann. Jetzt müsste es passen. Schnell, schnell, schnell. Ja. Und hoch da. Und hier auch einmal hoch. Oha. Okay, hier werden wir zermatschen, wenn wir nicht schnell genug sind. Die Frage ist, wo müssen wir denn da hin, wenn wir da hoch sind? Okay, schnell. Wir machen es einfach mal da rüber. Okay. Gut, war jetzt nicht so schwer. Eins, zwei, drei. Und spring. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Oh. Och. Da geht das Teil wieder runter, ey. Oh. Wie dämlich. Okay. Da habe ich überhaupt nicht gesehen, dass das Teil da wieder nach unten fährt. Komm schon, komm schon, komm schon. Spring. Sehr gut. Halt. Ich habe gerade was gesehen. Achso, das war Pixie. Aber wir müssen hier außenrum, glaube ich. Äh. Ach, da unten. Ach, der große Rot. Okay. Ähm. Und zwar jetzt. Noch einen runter. Äh. Jetzt müssen wir da irgendwie rüber. Achso, da runter. Es nimmt ja gar kein Ende hier. Ah, hier. Okay. Jetzt haben wir es. Jetzt noch mal ein Heal-Package. Nehmen wir auch noch mit. So. Da auch noch ein Püntchen. Und da auch noch. Juhu. Er schwingt sich wieder rüber. Wir treffen uns hier, Monkey. Ich bringe ein paar Bomben am Anker an. Alles klar. Ich komme gleich. Ähm. Da ist noch einer. So. Dann hier nochmal rüber. Kann ich nicht von hier schon schießen eigentlich? Nö. Scheinbar nicht. Wir müssen erst noch rüber. Aber galant wie ein Affe schwingen wir uns hier rüber. Okay. Zeit für ein paar Schieße im Huhn. Okay. Von hier oben ist es schon um einige schwerer. Weil die so schnell sind. Okay. Nummer eins. Da ist einer. Okay. Äh. Wie kommen wir da denn? Guter Schuss. Und Schuss. Okay. Der letzte fehlt noch. Da muss ich aber irgendwie. Für rüber. Können wir hier lang? Ja. Ich werfe noch eine Bombe für dich. Mach das mal. Der letzte fehlt noch. Und Schuss. Sehr schön. Nummer drei. Und dann fehlt nur noch einer. Und dann geht die Reise los. mit dem Leviathan. Ja. Ich mach ja so schnell wie ich kann. Mh. Wir müssen erst mal wieder zurück. Scheinbar. Und dann hier rüber. Äh. Warte mal. Darüber. Sie sind fast durch die Hülle. Legt mein Zahn zu, Jungs. Noch schneller geht er nun wirklich nicht, ey. Lass schon die Hälfte hier liegen. Extra. Okay. Da ist einer. Guter Schuss. Da hinten kommen wir nicht ran. Sehe ich jetzt erst. Fast fertig. Dann müssen wir hier irgendwie... Ach ja. Zu langsam, Monkey. Ich werf noch ne Bombe für dich. Ja, ich muss ja erst mal hier rüber. So. Nummer vier. Und ab geht die Reise. Na bitte. Jetzt ist er los. Hier entlang. Zurück zum Energiekern. Ja. Da kommen sicherlich noch ein paar Mopsis gleich. Na komm, hoch mit dir. Oder runter. Besser gesagt. Sieben Schuss habe ich noch und nur einen Stunt Schuss. Uiuiui. Ziemlich schlecht geschossen in letzter Zeit. So, das ist der hier, ne? Fixi, geh du zum Kontrollraum und warte da. Monkey, bleib bei mir und verschaff mir etwas Zeit. Sie kommen. Okay, okay, okay. Wenn ich das Diagnose-System auch spüre und eine Hintertür in den Quanten- und Schuss der Schaltkreis finde, könnte ich das Sicherheitssystem umgeben und... Weißt du was, während du das machst, schlag dich mal in der Armee zurück. Hört sich gut an. Hört sich gut an, ja. Kriegen wir hin. Wie immer. Okay, hops. Damit sich das Ding bewegt, muss sich jedes der vier Beine mit Energie versorgen. Klingt, als wären die Max unterwegs. Okay, wir müssen uns also beeilen. So, einmal hier hoch. Oh, da kommt schon der erste. Was sollen wir machen? Okay, wir prügeln uns mal wieder. Okay. Das kriegen wir auch so hin. Komm, komm. Sie greifen die Kerne an. What? Wer greift hier die Kerne an? Trip macht schon wieder unanständige Sachen hier. Okay, wir müssen rüber. Okay, wir müssen rüber. Okay, worum müssen wir denn hin? Ja. Na, ich komm schon. Geht ihr wohl von den Leitungen weg, Freunde? Und... Was? Was? Kaputt. Aua. Aha, einmal von hinten. Ah! Okay, wo sind sie? Da. Verdammt, das ist echt ungesichert! Na, komm, lass mich. Komm, lass mich ran. So, zack. Genau. Aua, die haben wir aber gegeben hier, ey. Okay, noch mehr? Uah. Okay. Oh, da sind noch mehr. Na, komm schon. Auf die Mitte und weg mit dir. Und einmal schnell rüber. So, einmal weg ist dann die Jungs, die hier keinen Schaden mehr anbieten. Okay, auch weg. So, wie viele kommen denn da noch? Oh, noch eine Basis. Okay, das heißt, da kommen noch mehr. Okay, wir haben keine Stunt-Schüsse mehr. Gar nicht gut. Aua. Erstmal den hier wieder ausschalten, der Stunt uns immer. Na komm, lass dich schlagen von mir. Mensch, jetzt sperr dich doch nicht so dagegen. Du willst das doch auch. Aua, aua. Komm schon. Aber man hat auch keine Anzeige, also... ...ob die jetzt kaputt gehen oder so. Aua. Darf ich jetzt auch mal... Mensch, das geht mal nicht. Okay. Abmarsch. Oh, da drüben. Ich weiß halt auch nicht, wie lange die Dinger das auslaufen haben. Ja, einmal den Arm ab. Zack. Und... Komm her. Oh, shit, dann läuft der auch noch weg. Okay, da sind noch mehr. Boah, alter, wie viele werden das noch... Au. Aber ich halt schon ordentlich was aus. Krieg ich nicht mehr so auf die Mütze. Okay, wie viele noch? Letzte. Puh. Das werden nicht grad weniger hier. Okay. Wir haben keine Schüsse mehr. Hier ist noch ein Stun-Schuss. So, hier war doch noch einer. Zwei, sogar. Okay, ich muss nach runter. Ja, ich hab da was. Okay, nur noch ein Schuss pro Stück. Wo ist der andere? Da. Oh Gott, das sind drei Stück. Einmal aufräumen hier. Komm, wieder auf, da rauf zu prügeln, Mann. Okay, und der letzte. Ja, einmal nach hinten. Und... weg mit dir. Okay, sind noch mehr? Ja, es sind noch mehr. Oh shit, ich wollte gerade stunnen. Nicht ganz geklappt. Von hinten geht's immer. Zack, auf die Mütze. Komm, weg. Na los. Oh, aua, 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 aua. Einmal locken. Boah, Alter, wie schnell der sich immer umdreht, ey. Ja, jetzt aber. Mit der Faust durch den Bauch. Okay, es scheinen noch mehr zu kommen. Wie viele von den Typen sind denn da? Okay, das hat nicht ganz was gegeben. Jetzt aber. Hat ihn nicht umgebracht? Komm, stepp. So, der noch. Okay. So, dann da drüben noch zwei. Und... Und auf, Mann. Zack. Komm, und weg mit dir. Boah. Noch mehr? Das war's, glaube ich. Schneller Trip. Sehr schön. Willkommen. Initialisierung Waffen aktiv Bewegungssystem aktiv Hauptkanone fährt hoch Initialisierung vollständig Erwarte Befehle Ups Alles klar Ach du großer Gott Das ist eine Mörder-Maschine würde ich sagen Ich wollte schon länger mit dir reden Aber wir scheinen nie Zeit zu haben Als ich Vater tot vorfand Ich will das jetzt nicht rechtfertigen Ich weiß, es war falsch Weder ich noch sonst wer darf dich zum Sklaven machen Was hast du gemacht? Da ist nichts mehr, was dich kontrolliert Dann kann ich Ich kann gehen Wenn du das möchtest Schatz wieder ein Du hast mich verstanden Schatz wieder ein Ja, er will sie gar nicht mehr alleine lassen Und so hat er wenigstens noch die Möglichkeit zu verstehen Was sie sagt, was sie zeigt und alles Das ist schon besser so Ich glaube, die beiden gehören zusammen Kapitel 14 Pyramid Es gibt sie wirklich Und dann hat er die Arbeit Los Okay Krasses Szenario würde ich sagen Das ist heftig Das ist deine letzte Möglichkeit zum Aufrüsten Okay Ja, aber Ihr kennt das Wir sind Beim Folgenende Wir müssen ein Päuschen machen Und ich schätze mal In der nächsten Folge wird es hier richtig krass abgehen Also schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Macht's gut Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.